Herzlich willkommen in der Kanzlei von Rechtsanwalt und Notar Hans-Jürgen Steiger in meiner ZAG. Bei uns stehen Sie und Ihr individuelles Anliegen immer im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen Dienstleistungen in vielen rechtlichen Angelegenheiten. Dazu zählt insbesondere die kompetente Beratung und Auskunft in Fragen des Arbeitsrechts, des Erbrechts, des Straf- und Opferrechts sowie des Unternehmensrechts und des Insolvenzmanagements. Schwerpunkt jeder Beratung ist die Fokussierung auf den Menschen und das Schicksal, welches sich hinter jedem Mandant befindet. Denn gerade in emotionalen juristischen Auseinandersetzungen ist neben einer sachlichen Beurteilung auch das Verständnis für die persönliche Situation des Mandanten entscheidend für eine bestmögliche und zielführende Beratung. Darüber hinaus ist Rechtsanwalt Hans-Jürgen Steiger als bestellter Notar in allen Beurkundungsfragen der richtige Ansprechpartner. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!